Das erzbischöfliche Ordinariat Das 1906 fertiggestellte Gebäude im Stil des späten Historismus steht auf dem Grund des ehemaligen Augustiner Chorherrnstifts, das Anfang des 19. Jahrhunderts der Säkularisation zum Opfer gefallen war. 1902 erwarb die katholische Kirche das Grundstück und ließ die verbliebenen Reste des Stifts abbrechen. Nach Plänen des erzbischöflichen Baurats Raimund Jeblinger entstand ab 1903 der neue Bau. Die Fassade aus Landstuhler Sandstein vereinigt Elemente der Gotik mit denen der byzantinischen Architektur und des Jugendstils. Die schwere Eingangstür wird von einem wuchtigen Stufenportal gefasst. Dahinter verbirgt sich das Treppenhaus mit Wandbildern des Malers Franz Schilling. Mit seinen mächtigen Gewölben wirkt der Eingangsbereich wie eine romanische Kapelle. Je höher man die Treppen hinaufsteigt, desto heller und leichter wirkt der Raum. Gleichsam gelangt man vom irdischen Dunkel in die Herrlichkeit des Himmels. Die übrigen Räume des Ordinariats sind nicht öffentlich zugänglich. passing der Räume des Ordinariats Vielen Dank.